hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von it's youtube time die georta mühle oder auch df64 sowie sie international bekannt ist im moment bei youtube ziemlich gehypt ich war sehr neugierig was die mühle kann und das was ich in den englischen videos so gesehen hatte hatte mich doch sehr überzeugt so dass ich mir die mühle vor einiger zeit bestellt habe und sie jetzt ausgiebig getestet habe und dazu möchte ich euch doch einmal einen erfahrungsbericht zu kommen lassen in dem video gehen wir einmal ganz kurz und knapp auf den lieferumfang und das unboxing in dem zusammenhang ein aber wirklich nur kurz und knapp dann gehen wir weiter einmal zu den ersten vorbereitungen wenn man den mühle neu gekauft hat und natürlich das wichtigste es gibt ein paar impressionen und dann natürlich noch wichtiger ein espresso shot ich habe euch heute mal so eine kleine aufnahme gemacht und hoffe dass ihr dann ganz guten eindruck bekommt was die mühle kann oder nicht kann zuletzt werde ich dann noch ein kleines fazit zur georta mühle ziehen die letzten wochen war sie da hier bei mir täglich im einsatz und ich möchte euch natürlich an meine erfahrungen teilhaben lassen im lieferumfang enthalten ist hier dieser kleine dosing cup teilweise wird kritisiert dass das kunststoff ist ich finde das sehr gut denn dieser 58 mm becher ist transparent und ich kann demzufolge sehr gut sehen in welcher qualität mein malgut im becher gelandet ist und das finde ich sehr sehr gut wenn ich den becher dann quasi auf meinen 58 mm siebträger packe kann ich auch sehr gut sehen wie das da drin gelandet ist kann vielleicht noch mal rütteln so dass wenn ich den becher runter nehme mir nichts daneben krümmelt zwei ersatz silikon kappen für den siebträger halter sind ebenfalls im lieferumfang enthalten das zentrale bauteil für die blowout funktion habe ich hier in der hand ich würde sagen es besteht aus silikon anmerken möchte ich an dieser stelle dass das teil ganz neutral riecht und nicht nach chemie stinkt wie man vielleicht vermuten könnte bei dem preis von gerade einmal 400 euro könnte man erwarten dass einen jede menge plastik begrüßt das ist aber nicht so die mühle ist schwer und wirkt insgesamt sehr wertig die meisten teile sind meiner meinung nach aus einer aluminium legierung gefertigt über das design kann man sich sicherlich streiten ich persönlich finde dass die mühle sich eigentlich ganz gut in meine café ecke einfügt und ja sicher habt ihr auch schon gesehen es gibt verschiedene farben und wer die mühle individuell gestalten möchte kann auch diese in meinem fall weiße folie einfach entfernen und eine folie nach der eigenen wahl aufbringen wer einigermaßen geschickt ist sollte das ungefähr 45 minuten schaffen können videos dazu sind bereits auf youtube zu finden kommen wir nun zu den ersten schritten für die in betriebnahme in dem fall gucke ich bei meiner mühle wo hier genau der nullpunkt liegt also sprich wo die beiden malscheiben miteinander kontakt haben ihr seht ich habe den nullpunkt per hand ausgetestet und nicht über einschalten der mühle das möchte ich euch auch dringend zu empfehlen denn schaltet ihr die mühle ein und die malscheiben haben kontakt miteinander kann es durchaus sein dass sie die malscheiben beschädigt in meinem fall lag der nullpunkt ein wenig unter null ich finde das ist schon bereits im akzeptablen bereich nichtsdestotrotz gucke ich jetzt einmal noch hier in die mühle rein und mache doch noch mal ein paar einstellungen übrigens die 64 mm malscheiben sind von der firma itamil und haben meiner meinung nach eine sehr gute qualität interessant an der stelle ist sicherlich dass diese 64 mm malscheiben gut durch andere malscheiben ersetzt werden können weil es sich um ein standardmaß handelt wer also hinterher in anführungszeichen noch etwas tunen möchte hat hier recht gut die möglichkeit dazu die obere malscheibe ist auf drei federn gelagert diese drei federn sind von einem silikon schlauch umschlossen ab produktion kann das sein dass dieser silikon schlauch nicht nach unten abgeschlossen aufgebracht ist das solltet ihr einmal korrigieren seht ihr hier auch einmal bei mir ich nehme die feder raus schiebe den schlauch nach ganz unten so dass die feder oben frei ist nachdem ich den schritt für alle drei federn wiederholt habe lege ich die obere malscheibe wieder auf an den drei auflage punkten bringe ich jetzt nummern von 1 bis 3 an damit ich mich orientieren kann denn man hat die möglichkeit den ring jeweils um einen punkt zu versetzen und damit die kontaktfläche der malscheiben zu verbessern wenn man den haltering jetzt wieder aufschraubt und dann wieder den nullpunkt sucht und dann beim kontakt der malscheiben hört wie gleichmäßig die malscheiben denn aufliegen hat man dann die möglichkeit sich das zu notieren dass für alle drei stellungen von 1 bis 3 einmal durch zu testen und dann eben die variante einzustellen wo man das gefühl hat dass der gleichmäßigste kontakt da ist ich habe diese prüfung wie gesagt nur über das höheren gemacht es gibt auch die möglichkeit die malscheiben mit einem nicht permanenten marker anzumalen und dann optisch zu kontrollieren wie gut der kontakt der malscheiben denn bei der jeweiligen stellung ist 19,5 gramm boden habe ich hier abgewogen und in den hopper gefüllt im hopper habe ich übrigens ein selbst gedrucktes 3d teil zum verhindern vom popcorning popcorning bedeutet dass die boden beim malen springen das möchte ich verhindern damit der malvorgang etwas schneller geht ich habe diesen positiven effekt auch feststellen können es ist aber nicht zwingend notwendig dieses teil auch zu drucken und einzusetzen 19,5 gramm kaffeebohnen hatten wir in den hopper eingefüllt und hier auf der waage stehen jetzt 19,4 gramm kaffee mehl beziehungsweise 19,5 gramm die waage springt so ein bisschen hin und her das könnt ihr gleich sehen wir haben also in etwa 0,1 gramm totraum beziehungsweise weniger ich denke dass das ein sehr guter wert ist wir können also erwarten dass unser kaffee mal gut immer ein frisches ist weil es eben nahezu 100 prozent ausgeworfen wird und nicht in der müde verbleibt während des malvorgangs habt ihr sicherlich schon gesehen dass ein absoluter kaffeepulver schnee ausgeworfen wird das ist wirklich sensationell das ergebnis ist absolut hervorragend und ich kenne bisher wenig andere mühlen die an so ein super ergebnis herankommen kaffeebohnen 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 In der Tasse ist nun ein doppelter Espresso gelandet, der wenig Bitterstoffe enthält, der viele Aromen hat und insgesamt sehr ausgewogen und lecker ist. Die Giota hat beim Mahlen, zumindest beim Mahlen von Espresso mit Kaffeemehl, eine relativ geringe Streuung. Ihr könnt sehen, dass hier auf dem Siebträgerhalter sehr wenig Kaffeemehl liegen geblieben ist. Ich habe heute ungefähr schon drei oder vier Espresso gezogen und denke, dass das insgesamt ein sehr gutes Ergebnis ist. Ich war vorher bei einer Mahlkönigmühle, die deutlich mehr Streuung aufgewiesen hat. Hier ist nun mein Fazit nach den ersten Wochen und legen wir direkt einmal den Finger in die Wunde. Der große Kritikpunkt in der Online-Community, also in YouTube und endlichen Foren, ist sicherlich, dass man einige Male auf den Blower-Topper drücken muss, bis denn das ganze Kaffeemehl aus der Mühle herausgekommen ist. Woran liegt das eigentlich? Ich habe euch hier mal ein Bild eingeblendet und ihr könnt hier den Auswurfschacht sehen. Am Ende, also am hinteren Ende des Auswurfschachtes, könnt ihr sowas leicht weiß schimmernd sehen. Das ist der sogenannte Flapper. Der Flapper ist dafür zuständig, dass das Mahlgut so wunderbar fein, wie es eben der Fall ist, aus der Mühle herauskommt und nicht klumpig ist. Das Problem ist aber, dass der Flapper ab Werk, also wenn er neu ist, so fest ist, dass das Pusten nicht so richtig funktioniert. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Manche entfernen den Flapper komplett, dann gibt es aber Probleme mit klumpigem Mahlgut oder starker Streuung. Andere schneiden ihn ein Stück weg. Das hat wieder ähnliche Probleme zur Folge. Deswegen habe ich das alles gelassen. Der Hersteller wird sich ja etwas dabei gedacht haben, dass der Flapper erstmal so fest ist, wie er eben ist. Ich dachte mir, dass der Flapper vielleicht nur so fest ist, weil er eben noch brandneu ist. Und habe mir dann gedacht, okay, dann muss ich eben die Alterung in Anführungszeichen ein wenig beschleunigen. Habe die Mühle von oben aufgeschraubt und bin dann von oben mit dem Handstück eines Teelöffels einfach in diesen Auswurfschacht hineingegangen und habe den Flapper ein paar Mal nach unten hin aufgedrückt. Das ist ein bisschen fester. Und seitdem komme ich eigentlich ziemlich gut zurecht. Und ich bekomme nun beim fünften, sechsten Mahlpumpen die Kaffeemühle vollständig leer gepumpt. Das Ergebnis ist für mich, dass ich bei jedem Mahlvorgang nahezu 100% frisches Kaffeemehl bekomme und sich das dementsprechend positiv auf meinen Espresso auswirkt. Damit kann ich leben. Und insbesondere, wenn man nochmal sich hervorruft, dass diese Mühle 399 Euro kostet im Moment im deutschen Handel und meiner Meinung nach keine vergleichbare Alternative in diesem Preissegment am deutschen Markt verfügbar ist. Wenn ihr doch eine wisst, dann schreibt mir gerne etwas unten in die Kommentare dazu. Am besten gleich einen Link. Da bin ich auf jeden Fall neugierig, auch wenn ich gerade erst eine neue Mühle gekauft habe. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Einstellen des Mahlgerades. Für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Das Ganze ist eben stufenlos. Es gibt keine vorgegebenen Markierungen. Und ich persönlich bin in der Lage, einen neuen Espresso nach zwei, drei Shots wirklich nahezu perfekt einzustellen mit der Mühle. Das ist wirklich einfach und auch reproduzierbar. Jeder, der also genauso wie ich gerne mal die Espressosorte wechselt und vielleicht sogar morgens eine Sorte trinkt und nachmittags eine andere Sorte, der sollte sich diese Mühle auf jeden Fall ansehen. Denn jede herkömmliche Mühle, die die Bohnen im Hopper hat, die kann das so nicht bieten. Und das ist für mich die große Stärke hier von dieser Single-Dosing-Mühle. Neben dem wirklich guten Mahlergebnis und dem absolut leckeren und runden Geschmack. Aus meiner Sicht kann man hier für 399 Euro nichts verkehrt machen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bericht helfen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder ein Like hier für das Video. Beides hilft dem Kanal. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und beste Grüße von It's YouTube Time. In diesem Sinne sage ich vielen Dank.